Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town mit Reaper, Navoka, Flory, Hanky und dem Snay. Neue Karte, neues Glück, schauen wir mal. So, ich habe noch eine Rechnung mit Navoka offen. Ich muss jetzt auch immer permanent nach oben, links und rechts gucken, bevor ich ihn töte. Wäre zumindest nicht schlecht. Immer schön im Auge behalten, werde ich beobachtet. Ach, das wirst du gar nicht tun. Nein! Oh! Genau dazwischen gefallen. Wie ist denn das? Also wenn jetzt einer an irgendeinem Dachrand steht, ne? Darf man den dann runterschubsen, weil es so verlockend ist? Klar. Wunderbar. Mach doch einfach. Gönn dir. Flory ist hier. Ja, ich such gerade nach Muni. Eh. Blöd, hier rauszukommen. Mir reicht's! Oh, das musste mal sein. So viele Props. Oh, geil, ne Mac-10. Viel Spaß damit. Beim letzten Mal habe ich Navoka, glaube ich, damit sogar gekillt. Ja, vielleicht ist es ja dein neuer Glücksbringer. Oh nein! In sie, in sie! Ah! Ah! Was sagst du, Reaper? Hanky macht hier, der ballert auf mich hier. Ja, dann schieß zurück. Nein, ins Leere. Ja, 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 ins Leere. Ja, ja, ja. Ah! Hanky ist immer unschuldig. Ah! Okay, da ist jemand verreckt. Was eigentlich? Snail und Navoka. Äh? Navoka, tot, leben. Warte mal, freak. Ich leb. Dann lebt Snail nicht mehr, ja? Das kann natürlich gut sein. Gut, Navoka ist Traitor. Redet überhaupt Reaper noch? Hanky! Hab ihn! Alter, wie geil! Ne, das kann nicht sein. Deadwinger, glaube ich. Ne, geil, ist tot. Alter, wie geil! Ich drehe mich um und schieße ihn voll in den Kopf aus Versehen. Ha, ha, ha! Ja, Snail ist auch weg. Wow! Franchep Beam. Oh Gott, ich bleib stehen. Ich hab ne Poison Gun, wie cool. Reaper ist grad hochgelaufen. Ich tippe mal, Reaper ist der Zweite. Ne, Navoka, Mann. Navoka ist Traitor. Aber kriegst du irgendwas mit? Die hat Snail getötet. Ah, man! Freak, was ist denn heute los? Nein! Fuck, fuck, fuck! Nein, nein, nein! Das war fies! Ich wollte noch trinken. Hat Navoka mich schon wieder gekillt, ja? Ja. Kann doch nicht wahr sein. Ey, Hanky, ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab. Jetzt muss mein Hack gewesen sein, den ich angehabt habe. Ich drehe mich um und schieße dir aus Versehen in den Kopf, ey. Ach Gott. Es sah gut aus. Ich hab so schnell den Juggerknock nicht gefunden. So ne Scheiße. Dabei hattest du doch eigentlich noch Zeit. Ich musste doch erst ausrichten und nachladen. Ja, ich hab ziemlich schnell den Stamina-Dings da gefunden, aber dann das andere Ding eben nicht. Ich weiß doch, dass ich bei sowas immer panisch werde. Paranoid. Nennt man das. Nein, panisch. Ne, paranoia. Paranoia. Kannst du da auch nicht sagen. Das geht nicht, Flory. Was ist denn die Definition von Paranoia? Ah, Flory. Der überbegriff. Oh, oh, Headcrab. Das war ein Headcrab. Das war ich diesmal nicht. Der ging, der ging volle Möhre auf mich. Aber volle Kante. Oh, bist du? Hier bei dem eingeschützten Haus, wo die Headcrabs mich angreift. Headcrabs? Headcrabs! Ah, Mistvie! Mistvie! Äh, Snail ist fast rot, warum? Wow! Den hab ich nicht gehört. Ich auch nicht. Und ich hör den eh nie. Wo ist dieser scheiß Headcrabs? Ah, aua. Äh, er hat Snail erwischt. Ich geh mal Snail kurz confirm. Ich warte kurz, dass der Streit weg ist. Das ist mir sonst zu gefährlich. Wer war denn nicht hier? Flori und Navoca sind hier unten. Reaper und Hanky, ne? Hanky ist vom Headcrabs erwischt worden. Au, 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 au. Werd angestarrt. Da oben! Das ist da in der Ruine. Hey. Flori, hau ab! Was? Geh weg! Alla, lala, 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 lala! Scheiße! Mich erwischt! Unfair. Willst du nicht zu mir kommen? So auf dichtere Entfernung? Du kommst wahrscheinlich schon zu mir. Ich habe auf der Map hier nur 17 FPS. Meine Zuschauer sagen danke. Echt? Ich habe voll 30. Nee, ich habe voll scheiß FPS-Führung auf der scheiß Map. Flori, die Jalla-Jihad-Bombe da ist voll deins, ne? Ja, jetzt nicht. Obwohl... Mich hat es gerade eben gefragt, warum sie gar keinen Millimeter Schaden bekommen hat. Weil ich ins Haus reingegangen bin und mich hinter der Wand versteckt habe. Ich dachte, die geht auch durch die Wand. Alter, perfekte Ausrüstung. Zumindest habe ich das schon mal geschafft hier durch die Wand mit der Jalla-Bombe. Jemanden zu treffen. Na, ich war ja ein Stück dahinter noch. Ja, trotzdem. Ich bin zu dir gelaufen. Was ist denn die perfekte Ausrüstung für dich? Fauder von Diegel. Achso. Kann zwar nicht viel damit anfangen, aber mein Gott. Die perfekte Ausrüstung. Damit kannst du nicht viel anfangen, aber trotzdem ist es meine perfekte Ausrüstung. Aber eine Wucca für mich reicht es noch. Also um mich zu kriegen. Ja. Wenn du dein Traitor bist, ja. Du müsstest halt wieder dran sein in die Runde, oder? Ich frag mich, warum ihr alle von der Höhe runterfällt. Vielleicht springen wir ja auch. Oh Manni. Ach, da bist du ja. Warum kriegt ihr dann absichtlich Schaden? Es kann doch niemals gut gehen, da draufstehen. Nicht schubsen. Geh mal ein Stück zurück. Ich schubse nicht. Außerdem kann das niemals gut daraus gehen. Du schubsst, das stimmt. Ah, ich hab keinen Schaden. Ihr solltet euch nicht selbst ermorden. Ihr solltet. Ihr solltet leben. Ihr solltet leiden. Ey, was willst du von mir? Ja. Weißt du nicht? Abhängen? Paar Eier bemalen? Geh weg. So, auf jeden Fall habe ich jemanden verrecken gehört, aber das ist ja scheißegal. Ja, ich hab auch was gehört. Oh, da liegt viel Blut. Okay, kann man gar nicht wieder zurück. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Danke, Vaas. Ja, der hat auch nen Rocket Launcher. Okay. Also ich bin... Oh, Rafer! Vaas. Ah... ja. Das kann doch nicht wahr sein! Warum kebt mich der Vokel mal? Ich versteh's nicht! Bist mir aber auch sehr lange nachgelaufen. Ich wollte dich eigentlich runterschubsen, aber naja. Was war ich mit dem Snae? Ney. Der redet gar nicht. Deine Person ist gefragt. Snae? Ist im TS, aber auch entleutet. Hm, merkwürdig. Henki redet heute auch. Ne, er ist nicht gemutet. Ent-mutet. Hi, ne. Henki, du bist auch noch da? Nimm es doch nicht so genau, Reaper. Aber Leute, ihr wisst, dass wir hier aufnehmen, ne? Die Leute unterhalten wollen. Entertainment und so, ne? We love to entertain you. We love to entertain you. Hey, Navo, komm. Das war schon ein bisschen zu spät. Zumindest den ganzen Namen hätte er nicht mehr rausbrüllen können. Ist ja egal. Du bist, du bist, du bist wieder Traitor. Ja, das stimmt zumindest. Aua. Kleines Rückenpeeling für dich. So, nicht Navo. So, also kann man Reaper auch vertrauen? Flori? So, wen haben wir hier noch? Hier ist noch wer gestorben, hier vorne. Hey, Jesus. Ich glaube, wir brauchen eine höhere Position. Die Stimme aus dem Jenseits sagt, dass Henki voll den guten Ping hat. Und 500. Ja, jetzt ist es wieder besser. Nein! Da geht jemand hoch. Hallo? Boah, Henki, du beamst dich. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche von Rip? Äh, doch raus. Henki, du hast es von mir weggeportet. Nein! Doch! Was, Henki? Ich habe ein Videobeweis. Wie die Leiche weggefetzt wurde, Alter. Also, ich habe den Leuchten, den Lichtstrahl habe ich noch gesehen. Aber, aber, Henki, verrat mir mal, wie kriegst du denn einen Ping von 500 hin? Indem ich was runterlade. Ja, ja. So kriegt man halt so einen hohen Ping. Um zu wissen. Jetzt geht's ja wieder. Ich will auch 500 Ping. Äh, Cyberbot joint gleich noch. Was? Also, der hat gerade Garry's Watt gestartet. Ich weiß aber nicht, ob er sich jetzt hochtraut, weil wir ja halt vermeintlich in der Aufnahme sind. Also, er hatte gesagt, er soll... Ah, war auch stimmt. Er hatte zu mir gesagt, ich soll ihm schreiben, wenn wir mit der ersten Aufnahme fertig sind. Aber eigentlich kann er ja jetzt schon kommen, ne? Ja, ja, normalerweise schon, klar. Nur das Ding ist halt, äh... Indikation, ich hoffe, ich stelle kein sonst der in der Aufnahme ist. Bitte runterkommst, Alvaro. Danke. So, bei mir wird es jetzt dieser Teil rausgeschnitten. Und da ist er überhaupt. Chili, Rieber Chili. Gute Idee. Hey, Freak. Ja. Du bist ja auch gut. Schreiben ruhig im Team, äh, 640. Da war ich ja nicht gerade in der Arbeit. Ich wusste nicht, dass du arbeiten musst. Felt mir leid. Ja, mach mal für den Arsch. Übrigens. Was wolltest du da drin, Freak? Gucken, was hier ist, so. Einfach mal reingucken. Die Map wird dir gefallen, Zyber. Rieber. Rieber Chief. Mega-Lack des Todes. Nein! Rieber ist tot. Okay, Snape, vertrau ich mir. Ich hatte gerade den Mega-Lack des Todes. Hohle, schau. Rieber ist tot, ja, ist du einfach Traitor. Okay, also Snape, wir vertrauen und... Wow, wow. Da starb jemand. Wer von euch beiden hat Navoka angeschossen? Lory, warst du's? Oh! Ah! Ich hab gerade voll Schaden genommen. What the? Ah, okay. Die Frage war besser, nix. Slam! Scheiße. Flori, die Frage stellt sich, wenn du den Mega-Lack des Todes hattest, warum warst du da noch lebendig? Ja, wieso? Ja, den Mega-Lack des Todes nenne ich das immer so, wenn ich, wenn's die ganze Zeit hängt, weil mein TS hat tatsächlich auch gerade gehangen. Wow! Ne, Gers! Komm mir gar nicht mehr weg. Und warum wollen jetzt alle in diesem Ausgang raus? Flori, pass auf. Ja. Geil mal, ich hab nen Huge. Und ich bin Detektiv. Ach, oh! Cool, jetzt kann ich die Potion-Gun kaufen. Jawoll. Was? Wieso kannst du die kaufen, Henki? Ach, wir haben nen Detektiv. Ja. Ja, ich bin das auch mal geil. Hab nicht gesagt, dass ich Traitor bin. Oh Gott, ich lege. Sag, jetzt kann ich die Ente nicht kaufen. Oh mein Gott, was ist denn da für ne Map? Chillig, die ist richtig chillig. Ja, find ich voll gechillt, ey. Klein, aber fein, um mich zu snipern. Oh, was ist das Mann, Molly? Molly? Also Reaper war's schon mal nicht. Ich war's gar nicht, ich bin hier ganz hinten, ich hab das Ding fliegen sehen. Du hast nen Leiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer gerade bei mir war, als der geflogen ist. Bei mir waren's Ney und Henki gerade. Ich bin hier oben. Ich war's gar nicht, ich war bei Cyberbot. Okay, dann war's wirklich Frick. Und von dem Dach da hinten kam es. Cyberbot hat mich, glaub ich, auch gesehen, dass ich hier hinten stand, oder? Ja. Weil der steht nämlich ja hier in der Mitte auf dem Dach. Das kam von ganz hinten von dem Dach, wo immer sonst die Slam von Henki platziert wurde. Also Cyberbot und ich waren's nicht. Ich war bei ihnen und ich hab nix gemacht. Und er auch nicht. Also ich bin schon mal inno, weil der voll auf mich ging. Vielleicht hast du den schlecht geworfen. Aber ich hab ja nicht gebrannt. Ich hab noch 100 Leben gebrannt. Ja, siehste, da kommt er zu. Da hast du da gerade Ney runtergeworfen, Henki. Nein, der ist noch runtergelaufen. Henki ist es, Henki ist K.O.S. Ah, okay. Läuft ja schon mal. Ich wollte ihn runterschieben, aber es hat nicht geklappt. Dann ist er selber runtergelaufen. Nein, du hast mich runtergeschubst. Du bist Traitor. Du bist Traitor. Da hinten fliegt ein Fahrrad. Ich war mir gerade und Rieper schmeißt mit Pops um sich. Henki ist auch runtergefallen. Wo bist du, Henki? Ich bin jetzt extra auf den Dach gekommen wieder. Um dich zu killen. Ich weiß nicht, mich friert es gerade für meinen eigenen Flüssen. Du willst mich töten. Ah, meine Nase. Ah. So. Oh, dann einer getroffen. Ich will aber nicht gern. Ah, oh. Das habe ich gesehen, Freak. Das habe ich gesehen. Mega leck schon wieder bei mir. Freak ist Traitor, der schießt auf mich. Döte Freak. Ah, gut, der ist fast tot. Äh, der ist tot. Deter, ich will auch. Er ist tot. Ja, äh, was soll ich mit der Leiche machen? Döte, zerstören, abkackeln. Ja, ich habe leider keinen Punkt. Ich habe schon was gekauft. Also, Navuca hat gerade komisch gekauft. Einer ist vom Dock gerade gefallen. Ja, toll, jetzt habe ich den 300er Ping. Geil. Ja, da muss Cyberbot das doch sein, oder? Ich verstehe es nicht. Habt ihr das so in einem Block, wo ihr das rechnet? Wie darf man das verstehen bei euch? Ich verstehe euch nämlich. Komm her, Herr Cyberbot. Aus Schluss, aus logischer Schlussfolgerung bist du es. Es tut mir leider leid. Das logische Schlussfolgerung kalt für mich überall. Warum immer? Okay. Wie ist denn die Schlussfolgerung? Ich will jetzt eine Formel sehen, die ihr das immer aufrechnet. Ich will eine Formel haben. Aber ich will eine Formel rau. Wir sind neben mir gewesen, wo der Molli blieb. Und Flori war Detective. Wie ist das eine Formel? Wie kann mir das ausrechnen, dass ich das immer wieder? Das Problem ist, wenn der letzte Traitor mich abgeschossen hätte, er wäre so oder so tot, weil ich Mirrorsfade hatte. Einfach ein Explosive-Sylon-Gleichzeit. Ja, du warst ja schon tot. Das Problem ist, wenn man mit Cyber-Word-Sniper-Traitor ist, dann der Warte immer ein bisschen runtergelaufen ist. Der macht nix. Ja, Alter! Genau, ich zieh auf jemanden. Siehste? Ja! Genau in diesem Moment geht immer einer um die Ecke. Genau uns weiter. Du hast aber einen Traitor-Shop. Du kannst doch Waffenbomben platzieren, alles kannst du machen. Alter, ich hatte eine Minigun. Hallo. Was willst du mit der Minigun? Auf so einer kleinen Map. Minigun, Alter. Äh, Hanky hat gerade eingekauft. Hanky hat gerade eingekauft. Gar nicht. Der stand hier gerade noch eingekauft. Was hat er denn gekauft? Er hat ihn dann einfach und hat nichts gemacht. Also stehen heißt noch nix, dass er gekauft hat. Er geht die Treppe hoch und bleibt dann einfach stehen. Behalt ihn in Auge. Okay, sauer Hanky, verdächtig. Hast du jetzt gerade... Was habe ich? Ne, hast du nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt gerade die Diegel hier hingekauft. Schluss hier, Mann. Lorie! Lorie! Ich habe doch nicht mal ne Knarre, Mann. Ich kann dir die Diegel geben, weil ich dir vertraue. Nein, 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 du bist der Trau. Ich habe nicht mal ne Knarre. Ich weiß, aber du hast mich eben nicht abgeschossen. Ey! So! Gib mir ne Knarre. Alter! Hanky, bist du etwa? Bist du hingelaufen? Ey, wenn ich sage, Hanky bleibt stehen, der ist der Traitor. Tut mir leid, der war doch auch Traitor. Ja, du bleib. Hanky, warum bist du zu meinem Leicht gelaufen? Ich habe doch eben geschrieben. Wollte die Dienste anbringen. Die Bombe da, die Miene. Da stoppt niemand. Ich hatte doch selber auch The Mirror's Fate. Vorhin. Hast du ihn vielleicht zu spät gekauft? Nein, ich habe ihn schon davor gekauft. Geh mal diese aus. Nein, ich habe wirklich The Mirror's Fate gekauft. Ich habe es auf Band. Ich habe es auf Band. Das kommt an. War am Montag. Er hat es auf Band. Krass. Hast du auf Kassette aufgenommen? Freak, ich glaube, du solltest... Auf jeden Fall. Voll die gute Qualität. Noch besser als HD. Was sollt ich? Ich wollte gerade sagen, du solltest nicht so öffentlich shoppen. Als Däte? Ja, aber du könntest ja abgeschossen werden. Also, Sniper-mäßig. Mitten auf dem Platz. Ich habe es auf dem Kacko-Kontest. Nein. Na, okay. Ne, gefft dich gleich. Äh, ich bin aus der Karte raus. Yeah. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank ist das aus. Endlich haben wir den weiter. Endlich, der Bekloppte weg. Gut sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt haben wir sturmfrei. Ich dachte mir gerade, wer fließt. Oh, irgendwas snipert auf mich. Irgendwas snipert auf mich. Äh, Reaper ist es. Reaper ist es. Er hat den Headcrap gesündet. Ja, dann Reaper töten. Da hinten in der Ecke. Was ist er? Oh, da hinten. Ich bin Monio. Oh, das bin ich, yo. Freak. Ich habe Reaper abgeschossen. Entschuldige. Ich habe es abgeschossen. Hey, danke für den Orbital Friendship Beam. Aber der ist wahrscheinlich gerade leer, weil du ihn gerade abgeschossen hast. 20 Sekunden. Ja, geil. Also, Reaper ist auf jeden Fall tot. Halt auf auf mich zu schießen. Instant. Einfach weil, Flori. Ja, hi. Ja, aus der Richtung kam der Headcrap unter. Ich bin in ca. 10 Sekunden tot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, 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 nein. Dede sagt, die Leiche bleibt liegen von Reaper. Darf ich nachschießen? Oh, du lebst noch, Flori. Normalerweise ist das ein Grund für mich, erschossen zu werden, ja. In der Tat. Also, Henke ist jetzt doppelt verdächtig, ne? Nein, nein. Da war doch vorhin, was? Warte, und jetzt das? Warte mal. Und jetzt das? Snail hat mit draufgeschossen und... Alle mal weg von mir, bleibt mal weg hier. Ja, als wenn Snail und Nawooka mit draufgeschossen haben und ich habe den Reaper getötet. Henke ist mir gleich als erster gefolgt, weil ich mit der Leiche los bin. Ja, und? Ja, ich bin den Henke auch sehr verdächtig. Und Cyberbot lebt da noch? Geht mal weg von mir, alle. Wo ist Cyberbot? Ich töte ihn, da könnt ihr mich töten. Aber Freak hat auf mich geschossen. Okay, okay. Wo bist du Cyberbot? Ja, ich habe auch Cyberbot geschossen, das ist richtig, aber... Wo bist du Cyberbot? Ja, sag mir welches, ich komme. Wo viele Häuser gibt es denn auch wieder nicht? Ja doch, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf... Du fängst es nicht... Dein Ernst, du fängst es gerade an zu zählen. Ja, und es gibt sehr viele Pink-Häuser. Pink? Ja, Pinkel. Das war nur eine Smoke und ich bin proven. Also ich habe Henke im Verdacht. Der Henke oder Cyberbot... Henke steht doch schon wieder bei der Leiche von Reaper. Tötet Henke. Wo ist jetzt... Oh, Plasma! Oh, Henke, hast du eine Kostverteidigung, bevor ich dich erschieße? Ich will trotzdem Cyberbot töten. Wieso, der Date hat gesagt, du sollst ihn töten. Wir wollten mich immer töten, wir sind unkohlen dran. Cyberbot Deadwinger, Cyberbot Deadwinger. Du kannst mich mal! Hör auf! Ich will doch schießen! Warte, äh... Das ist aber... Das ist aber... Das ist aber... Nein! Und warum schießt du das, Mann? Wenn du einen Deadwinger hast? Boah, ich bin echt so ein geiler Dete. Ich hätte jetzt voll Henke zum Abschluss beigegeben. Ja, ich schaue auf mich. So zum Kotzen, ey. Durch diese ganzen Unberufen konnte ich beide Teile nicht einsetzen. Ich finde es aber so geil. Bei mir ist der Deadwinger immer auf dem Trick. Wenn ich indirektiver will, geht es nicht. Und wenn ich ihn überhaupt nicht deaktivieren will, funktioniert es. Ähm, aber Henke, wenn der Dete sagt, hau ab, warum rennst du mir die ganze Zeit hinterher mit der Leiche? Dann ist doch klar, dass du dich verdächtig machst. Ja, warum nicht? Ich will nicht, dass der Traitor die bekommt. Ist doch gerade einer verreckt. Der Dete läuft damit weg. Der Dete überlebt da einfach wieder, weil Bock umsucht. Dann geht man kurz weg, kommt man wieder, Henke steht wieder neben der Leiche. Ist doch ganz klar, dass du dann verdächtig wirst. Ich bin Dete. Ich wollte ins Haus hoch und nicht zur Leiche. Ich bin Dete. Mach einmal. Ja, viel Spaß. Hättest argumentieren müssen. Wer ist Dete? Ich bin Dete. War, war in der Ruhe. Wer, wer ist Dete? Seiobot ist Dete. Yeah. Wer, wer, wer? Ich hab's aber noch nicht verstanden. Spackenbot. Ja, ich. Willst du mal aufs Maul? Lass dir das nicht gefallen, heißt Dete. Ist so. Mach mal, geh, hau mal auf den Tisch hier jetzt. Los. Kommt mich mal. Äh, Henke, Henke. Den Mirrorsquieter? Ja, wieder Henke. Mit, 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 mit linke Maustaste, oder? Ich bin nämlich noch unten. Henke ist tot. Ey. Henke hat auch auch für den Träterpass gekauft. Gold Eater. Ey, mach mal, danke. Ich hab' nichts mehr drin. Ah, okay. Papa. Ähm. Freak hat so... Und ich bin auch, ist Hicke auch tot? Die ist schon tot. Die ist schon tot. Ich hab' dir doch confirmiert. Aber... Was ich ein bisschen komisch find, ist, wenn Navoco Henke erschossen hat, und dann du... Ey, ich bring doch nicht Henke um. Nein, aber Navoco Henke, und dann ist Henke tot. Äh... Könnt mich gerne killen, aber achte doch auf deinen Karma. Also, für mich ist Freak verdächtig. Ja, ja, ja. Für mich ist Freak verdächtig, sehr verdächtig. Könnt mich gerne runter schweißen, killen, wie auch immer, achtet aber auf deinen Karma, ja? Nein. Das macht ihn jetzt noch mehr so verdächtig, was sagt er weißt? Nein, 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 nein. Saribot, wenn du sagst, soll ihn ja schießen, dann tue ich das. Sni, hör mal drauf, ich bin doch Sni... Ich fühl's gerade so geil. In dem ganzen Spiel ist Reaper der Einzige mit Skin. Ne, bei mir haben alle... Ne, bei mir ist da... Irgendein Einzige, so, weil... Bei mir ist Florian ja kein Skin hat. Verdammt. Das kann der Inzi. Nein, das war okay. Ich wollte sie eigentlich gekonnt, aber obendrauf landen lassen, aber... Ja, ich hab... Ist so weitergerollt. Was ist für ein Optimal? So, ich geh mal wieder runter. Nuri, Nuri, Nuri! Danke. Kann nichts machen. Die zwei Traitor-Pässe. Wer hat mich abgeschossen? Ich hab dich abgeknallt. Du hast nur noch 20 Sekunden zum Leben. Ne, Mirror's Fate. Die Runde ist vorbei. Ach, scheiße. Das ist egal, in der nächsten Runde zählt der Mirror's Fate ja trotzdem noch. Naja, aber jetzt läuft die Zeit runter, da kommt die Parrying und dann lebt man ja in der richtigen Runde wieder. Aber ich hab ja mir selbst den Mirror's Fate gekauft. Ja, das passiert nix. Ich bin so fies gestorben. Falls man den überhaupt aktiviert mit linker Maul-Taste. Braucht man nicht, den braucht man nicht aktivieren. Einfach nur K. Ich dachte, den muss man aktivieren auch noch. Ich frag mich aber, warum ich vorhin gestorben bin als Date, obwohl ich Mirror's Fate hatte. Mir friert hier in meinem eigenen Zimmer schon die Hände ab. Das ist nicht mehr geil. Mach doch mal die Heizung an. Ja, geht doch nicht. Wir haben doch 20 Grad draußen. Ey, das ist Bomben, Sonnenschein, alles geil, Wetter. Ja, draußen ist auch warm. Ich weiß nicht, warum. Bei uns ist hier... Komm nach Deutschland. Es ist arschkalt. Komm nach Deutschland nicht mehr. Ist auch nix trotzdem blöd. Nachts ist cool. Ja, es ist einfach bei U-Dörfern. Gott, es kommt nach Deutschland. Ja, genau. Kommt mich jetzt hin. So, warte, ich pack mal schnell. Henke. Wir hängen hier fest. Super. Ich bin gleich da. Henke, schieß, Henke, schieß. Bei wem darf ich wohnen? Wer hat denn WG auf? Der Snail ist verwundet. Ja, Henke hat auf mich geschossen. Flore, hast du noch ne Waffe? Nein. Dete? Dete? Was hätt ich jetzt gesagt, ich brauch die Deagle? Dete? Aber wenn du die hast, was denn? Henke, jetzt hab ich ne geile M16 aufgehoben. Henke hat auf Snail geschossen. Aber das hat sein Grund. Kommt dir doch selber die Deagle. Henke? Hast du, du hast wahrscheinlich keine Punkte wegen Mirror's Fate. Halt, warte mal. Ich hab kein Feld gekauft. Weil wir festgehangen waren. Okay, Reaper, hier hast du. Das ist kein Grund zu schießen. Hast du die Deagle? Hast du die Deagle? Mir schuldig. Ja, ich hab die DeFarmer's. Reaper? Willst du noch ne Sword-Off? Kann man nicht droppen. Ach ja. Reaper, was ist mit Henke? Sollen wir ihn erschießen? Ich hab von dem Henke auf Snail und Snail auf Henke nichts mitgekriegt. Ich hab keine Ahnung. Ja, die sind zusammen reingebackt gewesen. Kann sein, dass Henke es wirklich so versuchen wollte. Lebt Henke denn noch? Ja, er ist Flaumier und tänzelt hier mit mir rum. Und dann ist ja noch alles halbwegs in Ordnung. Wie viel Life habt ihr noch? 100. Beide noch 100. Ich hab 70. Ja, ich meine eigentlich Henke, aber ist okay. Ja, genug. Henke hat von mir nichts abgezogen, Kind. Okay, ich geh hier weg. Na, aber schon so. Nö. 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 Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Flori hat sich meines Erachtens schon mal als halbwegs proven herausgestellt. Weil er dir die Diegel gegeben hat. Ja, ja, weil mir eine Diegel zu geben, ist eine gute Sache halt, ne? Ich hätt dir auch mal das Wort gegeben. Klar. Nö, nö. 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 Man. Ey Henke, ey. Ey Henke, ey, ey, ey. Ey Henke, ey, 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 ey. Henke hast du noch die letzte Worte? Auch wenn er jetzt in 0 ist, ist er frei zum Abschluss. Was war das denn hier? Was war das denn? Was war das denn hier rumgegangen? Oh, mein Spiel stört es gerade ab. Ja, du hast gerade ziemlich gelegt auch gerade. Komm Henke. ich bin noch da ja jetzt geht es wieder hier kann sie wieder beleben jetzt auch noch ab komischerweise habe ich auf zwei schuss auf ihn abgegeben und er hat mich getroffen darf ich mal habe ich das recht den abzuknallen nein er hat ja meinen befehl ausgeführt weil hier freak runter geschubst hat und so weiter deswegen erlebten das alles noch mal schubi was willst du gerade machen ich glaube trotzdem er könnte ich bin mir nicht ganz sicher ich habe eine glocke in der hand auf dich wurde geschossen detektiv ich habe gerade echt eine miese frame rate mit der einzige ohne skin also ja die märkte bricht bei generell ich nehme gerade auf ich nehme gerade auf mit 35 fps und gar gar nicht auf und wollten irgendwann noch mal eine andere folge starten ja ist immer selbst die letzte aufnahme rund 60 frames ja also diese ist die letzte runde hier 29 34 auch nicht da oben mal wir waren auf dem dach da oben ich habe ich habe okay wenn freak und ich unten waren nein ich kann das ist nein warte nein nicht hänke quatsch okay was warten mal das ist schon schlimm genug dass ich gerade meine sword auf weggeworfen und stattdessen dann das hier nehmen musste jemand hat gerade im dead ringer ja ich stehe hier vor reaper ja und das ist sehr komisch weil ich habe dich nämlich eigentlich getroffen flori flori lebt noch flori lebt noch ja die hanky rum geil guck mal ich habe hanky gefunden oben wird gerade geballert ja na wo ist frei zum abschuss kann ich mir helfen meine frame rate na wo ist tot ja die war es aber nicht oh alter mal belegt flori hau ab flori geh ja cyberbot oder flori ja ok dann du lebt euch mal flori hat mit drauf geschossen glaube ich oder nein nicht bei mir hat gerade eben der begelacht ja gut aber du wolltest es versuchen denk ich ich wollte es versuchen im todesleck wollte er es versuchen ja wer war denn gerade eben oben bei dir reaper ich bin gerade runtergefallen war mal freak ich vereinfache die sache mal gerade die fähre mach das selbst mal ja boah ich kann gerade nicht mehr spielen dein ernst ja aber wo geht denn das nochmal äh kill eingeben in der konsole achso wie öffne ich die äh darf ich freak wenn du keinen bock auf karma hast bitte äh irgendwie war das doch eine leichte bestätigung dass er traitor ist ich bin kein traitor ich bin inno ich will jetzt wissen wie ich mich umbringe wie manche ja das ist jetzt auch nicht die konsole über f10 öffnen und dann kill eingeben ne weil bei mir macht das gar keinen sinn ich hab nur 7 fps das spiel ist gerade abgestürzt bei mir cool da möchte ich englisch denn